Das sollten wir uns jetzt mal merken, da brauchen wir einen Edelstein, wo bist du jetzt? Hallo! Ach, da hinten bist du schon. Vorsicht, ausweichen! Ach, Ausweichungsveranfänger, ich bin tot. Shit. Ich auch. Ich wollte ausweichen und über diesen Strahl rüberspringen, aber dann war es schon zu spät. Halt, falsche Richtung. Falsche Richtung. Da hinten, da liegt unser Shit. Im rechten Shit. Stürb! Oha, Vorsicht! Ah, kombiniertes Mana. Oh, was? Hier, nimm du das. Was ist hier? Die Augen auf der Serpent hält die Kiege. Die Auge der Schlange hält den... Die Auge. Du brauchst den Serpent's Eye Gem. Können wir nicht da rüberspringen? Nein, können wir nicht. Serpent's Eye Gem, aber... Aber kann man nicht da rüberspringen? Moment, das Auge der Schlange... Das Auge der Schlange hält den Schlüssel, aber hier brauchen wir den Gem. Nein, ich wollte doch gar nicht da runter. Ja, jetzt bin ich hier. Ich schaff das noch, da drüber zu springen. Du schaffst das nicht. Hier ist... Mann. Nee, hier unten bringt mir das auch nichts. Vielleicht war das... Vielleicht war das der Raum, der so leer war. Vielleicht ist da irgendwas gewesen. Mann. Wir brauchen den Serpent's Eye Gem. Ja, aber hier steht ja... Das Auge der Schlange hat den Schlüssel und da unten brauchen wir dann den Schlüssel aus dem Auge irgendwie. Hm. Ich weiß nicht, die Schlangen, die haben ja auch alle so Edelsteinaugen, aber... Das scheint ja falsch zu sein. Nicht der, den wir brauchen. Gib mir dein Auge! Okay, nee, ich glaub hier ist... Ist hier irgendwie ein versteckter Schalter. Nein. Gut, wo bist du? Weiß ich noch nicht. Hier vielleicht? Das hab ich auch schon versucht. Nö. Okay, sind wir irgendwo noch nicht gewesen? Stimmt, Moment, wir gehen mal zurück. Und hier sind doch noch die ganzen... Ah, die sind auch noch Schlangen. Die ganzen Portale sind hier doch noch. Ja. Gehen wir erstmal... Dahin. Hier. Okay. Wo geht's hier hin? Palace of the Pharaoh. Okay, der Palace des Pharaoh. Ah, Mana. Ah, ich hab... Ich hab fast voll. Da oben sind noch Vasen. Kuckuck. Ja. Ahm. Kuckuck. Ahm. Kuckuck. Shit, komm, gib mir die Vase. Was sind da Leute? Huch. Hilfe. Die ganze Leier. Hey, wo bist denn du? Ich bin immer auch im Anfangsraum. Ich wollte diese Vase kaputt machen, aber ich bin zu doof, da oben hinzugehen. Okay, jetzt. Quarzflasche. Sollte ich mal eine benutzen. Ah, Gremlin. Bam. Eisenmann. Irgendwie mein... Manchmal meine Schüsse... Uah. Meine Schüsse weichen den Leuten manchmal aus, hab ich das Gefühl. Oder prallen von denen ab und fliegen woanders hin. Ups. Hier diese Rückschleuderungsdisks. Die sollte ich auch mal benutzen. Wo sind denn die? Da. Wieso hab ich da jetzt nur... Ach nee, sieben hab ich. Hörst du das auch? Ja. Als wenn du irgendeinen Geheimgang hier öffnest. Nee, warte. Das Ding schiebt sich da runter. Oder ne? Was? Oh, Tatsache. Schieb mal nach... Ja, beweg dich mal nach... Nee, ich glaub so. So. Also der steht jetzt schon zur Hälfte drauf. Warte, hier klettern wir ihn hoch und dann schieb mal von oben. Vielleicht. Geht das? Ja. Soll das so sein? Okay, das nützt uns jetzt was. Gehen wir vielleicht erstmal hier hoch, oder? Vielleicht brauchen wir das dann irgendwo für. Oha, hier passen auch, die sind vier Leute. Vier? Auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite auch. Oha, Mist, die legen ja so Feuer. Du bist tot. Ja, da musst du aufwachen, sonst zieht richtig was ab. Hm, danke. Okay, einer ist tot. Vorsicht! Laser ihn. Warte, ich lade auf. Bam. Okay, hier ist noch Mana. Gremlins! Auf der anderen Seite war glaub ich... Oh, ich bin tot. Du solltest mal mehr auf deinen HP achten. Niemals. Wir brauchen den Schlüssel des Pharao, um da links reinzukommen. Weiß nicht. Rechts geht auch noch den Weg hin. Wow. Alter, wieso treffe ich den Weg? Ne? Hier ist nur ein Helm. Ich hab... Was ist das da? Ist das... Wow, Ramblin. Okay, das zieht auch gerne. Okay. Musik. Ja, die Musik ist wieder laut. Ich muss sie wieder einmal leiser machen. Ja, ich kann wieder auf den Thron gehen. Den können wir aber nicht kaputt machen. Aber was macht das hier? Hey, da oben. Warte, da ist noch ein Weg. Echt? Warte mal da rauf. Oder? Da oben. Diese Nischen? Oder sieht das nur so aus? Das nicht? Oh, Mist. Oh. Wow. Hä? 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 What the fuck? Ist da der Key von Pharao? Pharaos Key. Oh, Tatsache. Da ist noch so eine Urne. Keine Ahnung, denn ist das da oben vielleicht doch kein... Ist das da oben vielleicht doch kein Weg? Oh, was? Oh, Leute. Und Gremlins. Au, 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 au. Ich bin tot. Sammeln mein Shit ein. Wo bist du? Hier oben? Ach, da. Toll, jetzt hab ich wieder gar kein Shit. Hier ist so ein Book of Tome. Hier ist noch ein Weg. Hier sind auch noch Vasen. Ich würde gerne meinen Hammer auspacken, aber ich hab so viele Waffen. Hier ist Mana und hier ist eine Tafel. Die Grabkammer des dunklen Pharaos. Okay. Also Leute. Warte, ich lasere den einen weg. Der eine ist explodiert. Ähm... Was lesen die? Wo hab ich das grad... Cool, hier ist ein Boot. Gross. Die Hieroglyphen... Schreib... Wo hab ich denn... Hä? Wo lese ich denn das? Ich hab's grad auch gelesen. Hier. Happy Canopique Jar. Weiß ich nicht. Genau, hier liegt wieder irgendwas. Wollen wir ins Boot steigen? Können wir das? Ich weiß nicht, wofür soll's sonst da sein? Ähm... Kann man hier noch irgendwas machen? Hm. Okay, wir können aber wahrscheinlich irgendwie nicht mehr mit dem Boot fahren. Ich will da eigentlich nur mal rauf, aber ich prall immer oben an den Deckel ab. Alter, das geht doch hier hinten rauf, wo ich draufgegangen bin. Ach, hier. Es geht nicht. Ich komm da nicht rauf. Bin zu doof. Okay, jetzt spring ich wieder rüber, weil ich zu schnell bin. So, ich komm da genau drauf. So, jetzt. Aber bringt das ja auch irgendwie nichts, ne? Aber was sagen uns denn die Hieroglyphen hier? So, ich kann kein Chinesisch. Äh, Japanisch. Äh, Ägyptisch. Aber da war ja noch ein Portal. Happy Canopy Jar. Kann man nicht hier oben irgendwie... Alter, jetzt wird die Musik schon wieder laut. Warte. Ich glaube, jedes Mal... Nein. Achso, du bist durch das Portal. Dann müssen wir noch hier hin. Wo geht's hier hin? Temple of Nefertum. Okay, irgendwas war bei Nefertum auch noch dabei. Ja, ein Stab, den wir holen sollen. Stirb. Stark, ein Stab. Okay, hier sind auch jede Menge... Mana und Shit und so ein Kram. Mana und Shit. Ich will die Leiche noch zerflattern. Ah, spinnen. Stirb, ihr Spinnen. Das ist nix. Vorsicht, da sind Bogenschützen. Und ich habe erstmal daneben geschossen. Stimmt. Ah, hier ist so ein Crater of Might. Ups, du? Ich schiebe hier die Spinne vor mir. Hier ist noch Mana. Hier ist Energie. Was ist das? Ah. Wie du sie einfach niederknüppelst. Ist das so ein Eisenmensch? Also diese Eisen... Ich kann die nicht treffen. Auch wenn ich genau draufziehe, meine Schüsse fliegen einfach... Als wenn die an denen abprallen. Oh, hier sind noch Bracers. Bracers habe ich auch schon irgendwo bekommen. Ja, habe ich auch schon ganz oft bekommen. Hier ist eine Fackel. Cool. Eine Fackel haben wir eben noch nie gebraucht. Nur immer aus Versehen benutzt. Hier ist irgendwas. Stone of Summoning. Den hatten wir eben auch schon. Warte. Och, du Scheiße. Okay, die waren nicht so schwer jetzt. Waren nur viele. Boom. Ja. Wo ist der jetzt? You need the stuff off sniff here, John. Toll. Wo? Hier? Stand. Steht auf jeden Fall gerade bei mir die ganze Zeit. Achso. The stuff off... Okay. Guck mal, hier können wir raus. Guck mal, hier ist das cool. Ja. Ist das ein Schalter? Nee. Was ist... Hier ist irgendwas. Ja. Ja. Äh, diese Mauer erzählt von dem... Aufset searching for his scrap of time. Hä? Was denn? Der Scarabeus der Zeit. Was ist das hier? Hier kommen wir nicht weiter. Nein. Ja. 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 Dann müssen wir, glaube ich, wieder zurück. Ja. 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 Da gab es noch einen zweiten Weg, oder nicht? Echt? Oder? Bin ich jetzt... Ja. Ich meine, wir konnten hier noch lang? Nö. Nö. Oh, schade. Naja, es sah zumindest so aus als gäbe es zwei Wege. Dann wieder zurück, ne? Okay, jetzt bin ich gerade überfragt. Was können wir denn jetzt noch machen? Was haben wir denn für Shit schon eingesammelt? Cheat. Wir waren hier oben noch gar nicht zu Ende, also. Wo? Äh, wo war'n das? Hier? Ne. Also, ich such's gerade. Was hier? Äh. Wo war'n das? Ne, hier sind wir wieder beim Portal. Hä? Hä?